Startposition Schlägerkopf nach oben, linke Hand locker am Schlägerherz und bewege dich vor dem Schlag. Split-Step, lande auf den Fußballen im Moment des gegnerischen Schlages. Bewege dich zum Ball. Letzter großer Schritt mit links nach vorne in Richtung Ball. Treffpunkt, Vorhand aus geschlossener Fußstellung. Linker Fuß vor dem rechten, Knie nahezu gestreckt. Endposition, Gewicht auf dem linken Fuß. Knie stark beugen beim Schritt nach vorne. Beim Schlag die Knie strecken. Trainingsaufgabe Spiele 10 Vorhände hintereinander. Zähle deine Treffer ins Feld. Erhöhe die Schlaggeschwindigkeit ohne die Anzahl der Fehler zu erhöhen. Marief. Erhöhe die Schlaggeschwindigkeit ohne die Stoff adaptation wird. Bleib Ihrer die Schlaggeschwindigkeit ohne die Schlaggeschwindigkeit ohne die Schlaggeschwindigkeit.